Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mathis Elstermann und in dieser Lernenheit geht es um das Konzept von einfach verketteten Listen. Einfach verkettete Listen sind lineare Strukturen und erfüllen erstmal prinzipiell die gleiche Aufgabe oder die gleiche Funktion, die theoretisch auch von Arrays zum Beispiel eingenommen werden kann, wie das hier dargestellt ist. Arrays sind prinzipiell sehr praktische Dinge, aber sie haben auch einige Einschränkungen. Eine ihrer größten Vorteile war natürlich, dass man ihre Größe zur Laufzeit festlegen kann. Das heißt, man kann ihre Größe anpassen. Allerdings ist das nur ein einziges Mal zur Laufzeit möglich. Das heißt, wenn man wirklich in einem Verwaltungssystem viele Instanzen der Studentenklasse hier verwalten wollte, dann wäre es besser, wenn man die maximale Anzahl von vornherein kennen würde. Das ist aber in den seltenen Fällen der Fall, dass man das genau weiß. Und dann wäre die Alternative, dass man, wenn man zum Beispiel diese Struktur dauerhaft vorhalten wollte, dass man ein richtig großes Array erzeugt. Ein endloses Array ist nicht möglich und der Nachteil natürlich von einem großen Array ist, dass man vielleicht auch sehr, sehr viel Speicherplatz, viel Reservierung für dieses Array verschwendet, den man sonst für andere Dinge gebrauchen könnte. Und genau dieses Problem wird versucht, mit dem Konzept von Listen als dynamischen Datenstrukturen zu begegnen. Und dementsprechend gibt es dann einige Definitionen von Listen. Und hier ist, wie gesagt, dieser Begriff der Dynamik als dynamische Datenstruktur hervorzuheben, dass eben die Anzahl der Elemente von vornherein nicht bekannt ist. Und ansonsten sind sie genau wie Arrays linear und dienen dazu, Daten zu verwalten im Arbeitsspeicher und haben dementsprechend natürlich auch Operationen zum Hinzufügen und Entfernen und natürlich auch zur Ausgabe der in der Liste enthaltenen Elemente. Und das meiste davon wird eben auch von Arrays erfüllt, nur nicht dieser Aspekt der Dynamik. Daher wird auch meistens darauf Wert gelegt, weil wenn irgendwo über Arrays gesprochen wird, über Felder, dass diese nicht als Listen bezeichnet werden, weil sie eben nicht der klassischen Definition einer Listenstruktur als dynamisch entsprechen und das nicht durcheinander kommen soll. Listen als dynamische Datenstrukturen basieren im Konzept dann wiederum auf dem Konzept der Grafentheorie. Dementsprechend gibt es dann auch eine Definition, die auf der Definition eines Binärbaumes aufbaut, der in seiner eigenen Lernenheit vorgestellt worden ist. Und eine Liste, zumindest eine einfach verkettete, ist nochmal ein Spezialfall eines Binärbaumes. Also alle Regeln müssen genauso für die Liste gelten, die für den Binärbaum gelten. Plus, dass tatsächlich der Verzweigungsgrad d dieses Baumes noch auf 1 reduziert wird, sodass wir dann hier eben diese einfach verkettete Liste haben. Es gibt auch zweifach verkettete Listen, die in dem Sinne auch Listen sind, aber nicht dieser Definition entsprechen, weil sie noch links zurück haben. Das wird in einer eigenen Lernenheit erklärt. Hier erstmal allgemein für diese einfach verkettete Liste lässt sich noch aussagen, dass diese zum Beispiel einen Kopf hat. Das ist das einzige Element, was keinen sogenannten Vorgänger hat, also keine eingehende Kante und wird eben als Kopf der Liste oder eben Head bezeichnet. Und am anderen Ende ist natürlich der einzige Knoten, der keine ausgehende Kante hat, das Tail, das Ende der Liste der Knoten ohne Nachfolger. Das sind so ein bisschen die Sachen, die man wissen muss, wenn man mit Listen umgeht. Und wenn man dann so eine Liste als Grafendarstellung hat, dann nützt die einem noch nicht viel, sondern man will das Ganze nutzen, um es in Programmen anzuwenden. Und dementsprechend braucht man dann Instanzen dieser Datenstruktur im Arbeitsspeicher, die so aussehen, dass man halt diese Listenstruktur hat und darin dann tatsächlich diese Daten verwalten kann. Und man erkennt hier schon daran, dass so ein Listen-Element oder eine Instanz eines Listen-Elements immer eine Referenz auf einen Nachfolger hat, und zwar genau eine, weswegen es auch einfach verkettete Liste heißt. Und natürlich zum Speichern von Daten braucht es eine Referenz auf ein Objekt, auf ein Datenobjekt, was man in dieser Liste dann verwalten will. Und damit man sich erinnern kann, wo zumindest der Anfang der Liste ist, braucht man noch irgendwo in einer Hilfsklasse, in einer Main-Methode oder wo auch immer man diese Liste verwaltet, natürlich irgendwo noch eine Referenz auf den Anfang der Liste. Die wird meistens als Head bezeichnet und ist der Einstiegspunkt zur Datenverwaltung mit dieser Liste. Und das würde dann eben so aussehen und wird dann auch so in den weiteren Lerninheiten verwendet. Wo diese Variable deklariert wird, sei erstmal dahingestellt. Und unschwer zu erkennen ist natürlich hier, wenn das Referenzen sind, dass man durch diese Liste, dafür braucht man dann auch die Variable Head, immer nur vom Anfang durchlaufen kann, weil die Referenzen eben nur in eine Richtung gehen. So weiß dieses Listen-Element zum Beispiel nicht, was sein Vorgänger ist und es gibt keine Möglichkeit zurückzugehen. Also Traversierung nur in eine Richtung möglich. Aber schauen wir uns einfach einmal an, wie man so eine Klasse für so ein Datenelement wirklich tatsächlich im Programm aufbauen würde. Und das ist hier einmal das UML-Diagramm dafür. Und dementsprechend sieht die Klasse folgendermaßen aus. List-Element, wir benutzen hier das Konzept der generischen Datentypen, die es zusätzlich ermöglicht, auch noch festzulegen, wenn man das will, dass in einer bestimmten Liste nur Daten eines einzelnen Typs verwaltet werden, zum Beispiel Integer. Und das wird dementsprechend auch benutzt. Wir haben also hier eine Referenz auf ein Listen-Element Next, was für den gleichen Typ spezifiziert sein muss. Und unser Datenobjekt soll eine Referenz auf ein Objekt enthalten. Allerdings würde das hier für das Element T spezifiziert sein. Und der Konstruktor akzeptiert eben auch nur dieses spezifizierte Datenobjekt, speichert das rein und setzt erst mal Next auf Now. Da kann man nichts dran ändern am Anfang. Und dann gibt es noch eben Setter-Methoden und Getter-Methoden für dieses Next-Element, also für den Nachfolger. Und auch eine Getter-Methode für die Daten. Und dann zum durchlaufen der Liste hier einfach mal beispielhaft eine ToString-Methode, die ein String eben zurückgibt, der die eigenen Daten beinhaltet, aber danach eben auch noch die Daten des Nachfolgers quasi rantackert, sodass man das Ganze dann rekursiv auch am Next-Element aufruft. Dies ist jetzt quasi die einzelne Klasse. Um das zu nutzen, könnte man diese jetzt beispielhaft einfach einmal in einer Main-Methode erzeugen. Man hat hier zuerst mal Variablen LE1 bis LE5 vom Typ List-Element und die würden erst mal auf Nichts zeigen. Damit sie auch etwas zeigen können, muss man tatsächlich diese Klasse List-Element eben instanziieren. In dem Fall explizit mit dem Datentyp Integer. Und damit das funktioniert, damit es auch etwas gibt, auch was der Konstruktor zeigen kann, wird hier eben jeweils eine dieser Wrapper-Klassen erzeugt. Das sind natürlich nur Zahlen, aber wäre jetzt der Zustand nach diesem Aufruf. Und damit haben wir noch keine wirkliche Listen-Struktur. Um die zu bekommen, muss man eben zum Beispiel dann dem ersten List-Element sagen, zeige auf das gleiche, auf das auch die Variable LE2 zeigt und dann wurde das eingefügt. Der nächste Aufruf LE2.setNext LE3 würde eben dazu führen, dass wir jetzt hier das Ganze haben und so würde es dann entsprechend weitergehen. Und dann braucht man noch eine Variable HEAD, die letztendlich auf den Anfang der Liste zeigt, die jetzt natürlich genau wie alle anderen auch erst mal nur lokal in dieser Main-Methode existiert. Aber auf die Weise könnte man sehr händisch und sehr primitiv eine Listen-Struktur im Arbeitsspeicher aufbauen. Und wenn man jetzt hier oben sagen würde System-Out-Print-LN HEAD, dann würde er halt die ToString-Methode für dieses Listen-Element aufrufen, was quasi rekursiv dafür sorgen würde, dass eben die komplette Liste ausgegeben wird. Allerdings ist das Ganze sehr unpraktisch, das so zu machen. Das heißt, so eine Klasse Listen-Elemente mit ihren Daten, die da dranhängen, wird in den meisten Fällen nicht so benutzt, sondern vielmehr gibt es wie bei allen anderen auf Graphen basierenden dynamischen Datenstrukturen meistens auch eine Manager-Klasse, die eigentliche Liste, über die dann mehrere Listen-Elemente verwaltet werden, wobei sich die Listen-Klasse selber nur merkt, wo fängt die Liste an und ein paar Hilfsvariablen hat und dann entsprechend einzelne Methoden beinhaltet, die eben es erlauben, dynamisch Elemente dieser Liste hinzuzufügen oder auch zu entfernen. Und diese Methoden werden in ihren eigenen Lernanheiten dann auch nochmal im Detail behandelt. Hier soll nur kurz darauf hingewiesen werden, dass es sich bei Listen natürlich um ein generisches Konzept handelt und dementsprechend diese Methoden, die jetzt auf der Lösung vorher zum Beispiel Insert hießen, durchaus auch in anderen Programmierkontexten auch als Ad bezeichnet werden, aber prinzipiell eigentlich jede Liste immer diese Möglichkeiten haben sollten, hinzufügen, entfernen und natürlich auch Daten auszulesen. Und natürlich kann man Listen eben genauso implementieren, man hat getrennte Klassen. Es ist allerdings auch immer vorstellbar, Klassen so zu schreiben, zum Beispiel diese Player-Klasse hier, dass diese Daten eines Spielers und die Möglichkeit des Bildens einer Listenstruktur in einem ermöglicht. Das heißt, man muss nicht immer generische Listen schreiben, sondern kann eben das Konzept einer Liste auch für sich benutzen. Und wenn man eine Manager-Klasse dann auch entsprechend gestaltet, ist es auch möglich, noch einen Sonderfall einer Liste zu erstellen, eine sogenannte Ringliste. Dafür ist dann die eigentliche Instanz nicht mehr zuständig, sondern eben die Klasse, die die Instanzen dieser Player-Klasse benutzt. Es wäre eben, wie hier abgebildet, möglich zu sagen, dass wenn hier der Head der Liste ist, dass hier die Liste einmal umgeht und der Letzte eben hier dann wiederum auf dieses Spielerobjekt verweisen kann. Das ist dann nochmal eine Sonderregelung, die ist nicht verboten und nennt sich eben Ringliste und kann eben dafür benutzt werden, dass man theoretisch endlos diese Liste durchlaufen kann. Kann an eigenen Stellen eben sehr praktisch sein. Aber diese Lerninheit ist damit abgeschlossen. Bestimmte spezielle Methoden auf einfach verketteten Listen sowie doppelt verkettete Listen werden noch einmal in ihren eigenen Lerninheiten besprochen. Mein Name war bis hierhin Mathis Elstermann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche viel Erfolg in kommenden Lerninheiten.